Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute wieder für euch in Dragonflight NowX. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir in diesem neuen Gewölbe uns besorgen können. Und zwar heißt das Gewölbe von Skera oder irgendwie so ähnlich. Das haben wir einmal auf der verbotenen Insel und zwar hier oben. Wenn ihr dann von den Rares oder von der Quest ein paar Schlüssel geholt habt, könnt ihr ja in dem Gewölbe mehrere von den Türen hier öffnen. Und ich bin jetzt relativ weit oben, wie ihr seht. Die Räume sollen ja anscheinend wöchentlich immer ein bisschen random switchen. Und ich habe jetzt hier einen Raum gefunden, wo wir dementsprechend ein paar Hologramme von diesen Aspekten haben, wie ihr seht. Und da habe ich dementsprechend jetzt ein Toy bekommen. Und zwar schimpft sich hier das Toy Holoprojektor, die Scharlachrote Königin. Und was macht das? Er schafft ein Hologramm, das Alexstraser Tribut sollt so rum. Und das würde ich sagen, lernen wir jetzt mal. Das lag hier einfach auf dem Boden. Also das kann man einfach anklicken. Heißt, ihr müsst ein bisschen Glück haben und den richtigen Raum erwischen. Und dann könnt ihr dementsprechend euch das Toy hier einmal holen. Jetzt gucken wir mal. Holoprojektor. Da haben wir es. Da gibt es anscheinend auch noch ein paar mehr. Einmal Herrin der Träume und der Zeitlose. Das sind wahrscheinlich die anderen, die hier stehen. Und ich würde sagen, das packen wir jetzt einmal aus. Und ja, ihr seht schon, wir haben quasi jetzt einfach das von Alexstraser. Ich vermute mal, aus dem Raum kann halt dann wahrscheinlich random, können auch die anderen beiden drin sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Genau. Gut, das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte. Wie oft jetzt natürlich der Raum kommt, kann ich euch nicht sagen. Das ist jetzt die erste Woche, wo ich jetzt hier drin war. Aber ich wollte euch mal das Toy zeigen. Und ja, jetzt könnt ihr quasi euch Schlüssel farmen und hoffen, dass ihr dementsprechend auch den richtigen Raum erwischt, wo es dann dementsprechend auch das Toy gibt. Gut, das war es eigentlich so mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut ihr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.